Flex Brust Je nachdem, wo die obere Rolle anliegt, werden mehr der Brustkorb und die Muskeln, die die Rippen miteinander verbinden oder das Zarchfell in die Länge, trainiert. Der Brustkorb richtet sich auf, der Nacken entspannt sich, man fühlt sich 2 cm grösser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017